Eine Drohne hat etwas eingefangen, das niemand sehen sollte. Von einem Eishockeyspiel auf einem zugefrorenen See und einem Ort, an dem die Wüste auf den Ozean trifft, über einen einsamen Elch, der Angst hatte und eine wunderschöne Eisformation bis hin zu einem Delfin, der sich mit einem Killerwal angefreundet hat und dem, was das Bild eines perfekten Sonnenuntergangs sein könnte. Hier ist eine Liste mit 10 Entdeckungen, die von Drohnen gemacht wurden und die wir nicht sehen sollten. Also, lass uns ohne weitere Verzögerungen direkt mit dem Video beginnen. Nummer 10 – Hockey auf zugefrorenem See Das ist der zugefrorene Warnock Lake in Kanada, ein Ort, der im Winter viele junge Leute amüsiert. Wir sind es gewohnt, in unseren heimischen Seen zu schwimmen und zu angeln, aber im Winter halten wir uns normalerweise vom eiskalten Wasser fern, aber dieser See wird in den kalten Monaten zur Eisarena. Sieh dir nur an, wie groß er ist und trotzdem sicher genug zum Schlittschuhlaufen und sogar zum Eishockey spielen. Jemand muss Künstler versammeln und ein tolles Bild auf diesen See malen. Nummer 14 – Die Wüste trifft auf den Ozean Wir alle kennen den atemberaubenden Ort, an dem sich zwei Ozeane treffen. Aber hier ist ein erstaunlicher Blick aus der Vogelperspektive, oder sollte ich sagen aus der Drohnenperspektive, auf einen Ort, an dem die Wüste auf den Ozean trifft. Es ist nicht nur ein Sandstrand, sondern die Wüste Namib in Namibia, die auf den Atlantischen Ozean trifft. Sieh dir an, wie sauber, leer und friedlich alles hier ist und die ganze Schönheit der unberührten Natur zeigt. Der Mensch hat noch keinen Weg gefunden, Wüsten zu ruinieren und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Nummer 13 – Lonely Moose hat Angst vor Drohnen Dieses perfekte quadratische Feld sieht von oben aus fantastisch aus. Und ein Elch, ein riesiges Tier, sieht von hier oben in der Mitte der Lichtung so klein und unbedeutend aus. Dieses Elchweibchen ist allein, chillt, kaut an einem Stück Gras, als die Drohne sich ihr nähert. Sieht ihr an, wie fasziniert dieses erstaunliche Tier ist, aber nach genauem Hinsehen beschließt sie, dass sie Angst vor der Drohne haben sollte und wandert langsam in Richtung der Bäume davon. Nummer 12 – Atemberaubende Eisformation Man könnte meinen, dass diese Eisformation am Nordpol oder so liegt, aber nein, das ist New Buffalo nach einem Schneesturm. Sieh dir diese erstaunliche Struktur an, die über kleinen Eisklumpen steht und diese überragt. Es ist erstaunlich, dass es in der Nähe keine ähnlichen Formationen gibt, aber diese hier hat lange genug überlebt, dass dieser Mann sie mit einer Drohne filmen konnte. Jede Seite ist anders, aber sie ergänzt die anderen vollständig. Schade, dass alles schmilzt und verschwindet, aber es ist gut, dass das Video für immer bleibt. Nummer 11 – Vögel Seen und Meere sind voll von Fischen, aber wenn wir sie von oben filmen, entstehen die erstaunlichsten Aufnahmen von Vögeln. Ohne Menschen in Booten und Fischer an den Ufern haben sich diese Vögel versammelt, um Spaß zu haben und selbst ein paar Fische zu fangen. Sie brauchen keine Boote oder ausgefallene Ausrüstung, die Natur hat sie zu perfekten Anglern gemacht. Und wenn sie vom Herumfliegen und Auskundschaften müde sind, können sie auf dem Wasser landen und sich einfach treiben lassen. Gut, dass wir eine Drohne hatten, um das zu filmen, denn sonst wären die Vögel niemals so ruhig in der Nähe eines Filmteams mit einem Boot und wir hätten diesen tollen Anblick nicht von oben bekommen. Nummer 10 – Tor im Pool Wenn du dich schon immer gefragt hast, wie ein Sprung von einem Pool mit Korb und Eintauchen aussieht, der von einer Drohne gefilmt wird, die 30 Meter in der Luft schwebt, brauchst du dich nicht mehr zu wundern. Dieser Mann hatte die erstaunliche Idee, sich selbst dabei zu filmen und das Video ist ziemlich cool geworden. Auf den ersten Blick sieht es nicht nach viel aus, aber in Zeitlupe und rückwärts gefilmt können wir den unglaublichen Dank sehen. Das würde ich gern mal ausprobieren, eine wirklich gute Idee. Nummer 9 – Versteckter Mickey Forrest Dies ist wahrscheinlich der traurigste Eintrag auf unserer Liste. Der Mickey-Maus-Wald, der 1992 als Wiederaufforstungsprojekt angelegt wurde und aus über 50.000 Kiefern bestand, ist nicht mehr da. Ein Mann wollte den 90. Geburtstag der beliebtesten Zeichentrickfigur aller Zeiten feiern, indem er den Wald von oben filmte, aber er war schockiert, als er feststellte, dass er fast vollständig abgeholzt war. Die Straßenumrisse sind noch zu sehen, aber was ist mit der wunderschönen Baumkreation passiert? Nummer 8 – Freundschaft zwischen Killerwal und Delfin Wenn dich der Verlust des Mickey-Maus-Waldes wütend gemacht hat, hast du hier das perfekte Mittel gegen deine Wut. Dies ist eine der herzerwärmsten Geschichten überhaupt. Eine Freundschaft zwischen Killerwalen und Delfinen. Ich würde das nie glauben, wenn ich das Video nicht gesehen hätte. Die Kumpels schwimmen zusammen und spielen. Wir sind ja schon dran gewöhnt, dass Hunde und Katzen manchmal Freunde sind, aber das ist ja wirklich die ungewöhnlichste Freundschaft aller Zeiten. Nummer 7 – Ein gespenstischer Baum im Nebel Uh, das ist gruselig. Dieser Baum ist unheimlich und sieht aus, als ob er von bösen Geistern oder so etwas besessen wäre. Zum Glück wurden die Aufnahmen mit einer Drohne gemacht und niemand musste sich ihm nähern. Inmitten gesunder Bäume auf einer nebeligen Lichtung, dazu ein paar hängende Körper und fertig ist der perfekte Samurai-Rache-Film. Nummer 6 – Hund jagt Drohne Der Elch auf dieser Liste wurde von einer Drohne verscheucht. Aber der beste Freund des Menschen liebt es, alles zu jagen, was sich bewegt. Dieses lustige Video zeigt ja den Hund, der eine Drohne jagt und dabei gefilmt wird. Schau dir an, wie glücklich er ist, während seine Ohren auf- und abwackeln. Dieses Video zeigt, wie sich Hunde zu mehr als nur Bodyguards entwickelt haben. Sie sind unsere Freunde geworden und lieben sogar die Technik. Wir alle wissen, wie ein Hund aussieht, wenn er rennt, aber diese Aufnahmen zeigen einen ganz anderen Blickwinkel, den wir ohne Drohnen niemals einfangen könnten. Nummer 5 – Perfekter Sonnenuntergang Dieses Video wurde gemacht, um zu zeigen, was für einen erstaunlichen Zoom die DJI Mavic 2 Drohne hat. Aber sie hat noch viel mehr eingefangen. Sie filmte einen perfekten Sonnenuntergang und erstaunliche Wolken, während sie diesem Mann folgte, der Spaß auf den Wellen hatte. Es ist wirklich erstaunlich, wie wir so etwas filmen können. Es sieht wirklich aus, wie die sorgfältig vorbereitete Aufnahme eines perfekten Sonnenuntergangs. Nummer 4 – Ein Vogel-Selfie Wir sind daran gewöhnt, dass Selfies entweder schöne Menschen zeigen, die ihr Gesicht zur Schau stellen, dass wir mit Freunden herumalbern oder dass Väter ihr Profilbild auf Facebook innerhalb von 3 Minuten 4 Mal ändern, aber diese Drohne hat unerwartet einen Vogel im Anflug erwischt und ein perfektes Selfie von vorne mit ausgebreiteten Flügeln aufgenommen. Ich bin kein Ornithologe, aber das ist eine der schönsten Vögel, die ich je gesehen habe. Nummer 3 – Riesiges Sinkloch im See Dieses Video aus dem Napa Valley in Kalifornien sieht unwirklich aus. Es handelt sich um ein Sinkloch im Lake Berryessa, aber es sieht aus wie ein Portal aus einem anderen Universum, das Marvel-Bösewichte nutzen, um zwischen den eroberten Welten hindurch zu gehen. Wie kann so etwas passieren? Die Natur ist wunderbar und erschreckend zugleich. Nummer 2 – Dorfbewohner hat Angst vor Drohne Dies ist mein Lieblingsvideo auf unserer Liste oder vielleicht ist es der Vogel oder der Hund? Auf jeden Fall ist es eines meiner Lieblingsvideos. Wir sehen einen Dorfbewohner aus einer einfachen asiatischen Gemeinde, der in seinem Alltag nicht viel mit Technik zu tun hat. Er wusste nicht, was eine Drohne ist und in diesem Video sehen wir, wie er vor ihr wegläuft und versucht sie mit einer Bambusstange und ein paar Steinen zu bekämpfen. Im anderen Teil des Videos können wir sehen, wie die Drohne die Ruhezeit seiner Kollegen stört. Nummer 1 – K19 – sowjetisches U-Boot Unser Forscherbild des Tages zeigt ein großes Metallobjekt mit der Aufschrift K19. An der Seite befindet sich auch eine russische Schrift. Es wurde auf den Aufnahmen einer Drohne entdeckt und selbst der Mann, der die Drohne flog, war schockiert, um es vorsichtig auszudrücken. Das sieht wirklich nach einem versteckten Regierungsprojekt mitten im Nirgendwo aus. Aber es handelt sich nicht um ein Metallobjekt, sondern nur um die Spitze eines solchen, ein Teil des sowjetischen U-Bootes K19, das im Kalten Krieg eingesetzt wurde. Aber wie konnte es gefesselt und vergraben mitten im Nirgendwo landen? Vielleicht befinden sich auch noch scharfe Raketen drin. Was denkst du über unser heutiges Furscherbild? Hat es jemand vor langer Zeit dort versteckt? Oder ist es die Vorbereitung für eine streng geheime Mission? Ist es nur eines von vielen, die auf diesem Feld versteckt sind? Sag uns deine Meinung in den Kommentaren unten und vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal mit der Benachrichtigungsglocke zu abonnieren, damit du in Zukunft keine unserer Uploads mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal!